Hallo, salut! Mein Name ist François Pietrefour und ich wollte euch heute ein wenig Nachhilfe geben in Französisch. Ein paar Wörter. Ja, zum Beispiel ein Auto ist auf Französisch Le Carreau. Freund heißt auf Französisch Le Frendon. Jacket heißt auf Französisch Jacket. Kamera heißt auf Französisch Le Cameron. Und der Kameramann ist Le Cameraman. Französisch ist nicht sehr schwer. Wenn ihr noch irgendwelche Fragen habt auf Französisch, dann einfach unten in die Kommentare reinschreiben. Dann sage ich euch nächstes Mal, wie das auf Französisch geht. Au revoir!